Michael, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Erste Reaktion einer Wiedersehen mit Union Saint-Germain, oder? Ja, genau. Es ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass wir direkt wieder einen Gegner bekommen, den wir auch in der Gruppe gespielt haben. Auf der anderen Seite kennen wir die Mannschaft sehr gut. Es waren zwei sehr enge Spiele in der Gruppenphase. Insofern sehen wir unsere Chancen, auch jetzt in der nächsten Runde weiterzukommen. Allerdings wird es eine sehr spannende Geschichte. Bis zum nächsten Mal.